Licht an, Licht aus, an, aus. Greffin Irma, wie viel wiegen Sie? Können Sie turnen? Ja, das mache ich die ganze Zeit. Die Kaiserin braucht eine Frau an ihrer Seite, die mich ersetzen kann. Und das wird nicht leicht sein. Ich überlege mir genau, wie er mich erlaube, bei mir zu leben. 62 Kilogramm. Schuss! Los, los, los! Sie schlagen sich besser als Ihre Vorgängerin. Wirklich? Es war an ihrer Gegenwart, als habe jemand alles Licht der Welt auf einen gerichtet. Elisabeth! Und wenn sie das Licht wieder von einem wegnahm? Franz zwingt mich an den Hut zurück. War es, als würde einem ein spitzes Stück Glas ins Herz gerammt. Ich werde ab jetzt über alles bestimmen. Auch mein Körper. Ich mag dich gerne, wenn du es bist. Ich mag dich aber nicht mehr. Lass doch mal. Iss ich. Iss. Ist ein Irrenhaus. Das Alter ist ein Ungeheuer. Dann muss man sich anständig benehmen. Ich habe die Kaiserin lange nicht mehr so fröhlich gesehen, aber es liegt daran zu lernen. Ich liebe dich, Elisabeth. Kann bleiben. Vielen Dank. Da wird sich meine Mutter sehr freuen. Und wenn Sie die Kaiserin kommen. Ich liebe dich, Elisabeth.